einen wunderschönen guten tag herzlich willkommen zu worte jetzt so das system sagt nichts so was war unsere aufgabe was war unsere quest das weiß ich gerade überhaupt nicht fahrt da kann man was erhalten nächste stufe für macht und rum freischalten es gibt noch mehr berühmtheit was ist hier gewinne 100 einfluss okay so gefärten brauche gar nicht besser der wiederherstellung das hört sich gut an strengeration wird das nächste sein und halt mir noch länger aus so was wollten wir das ist unsere aufgabe immer auf die karte im sturm cup gibt es aufgaben auf jeden fall noch sucht haus und twitter okay das wollten wir machen ah ja okay so gasthaus immer schauen uns einmal rein was wir so finden können der informant noch ein dieb sperrkämpfer 110 220 ob wir das verlockend ist vielleicht sagen immer ab ich suche immer flore wir haben drei sachen schon dann gehen wir mal auf die reise würde ich sagen und zwar in die richtung kann ich auch einfach da drauf drücken auch die dann da lang ah ja okay wir können nicht einfach ganz entspannt sie laufen lassen wir müssen 5 prozent mehr kronen jetzt holen wir uns als erstes weil wir fighten dann doch etwas mehr dann sollte das ja kein problem darstellen wir müssen schauen dass wir ein bisschen schmieden wir haben hier in der finsterhöhle haben wir glaube ich noch sachen die wir erforschen können warum nicht mehr funktioniert doch komm mal rein so hier war noch eine kiste ist das störer so so drehen die trichendrück um ihn schloss einzuführen je näher das der trichendrücker ist der schon erhielt es nicht aber er wird zu zweck wieder brechen okay komm perfekt oh das bringt bestimmt viel geld das war jetzt nice wieviel die trich haben wir noch wir haben noch drei die triche okay hier haben wir jetzt nichts mehr zu holen das hat sie jetzt echt schon mega will und oh mein gott ich will mal angeln sollten wir auch tun auf der reise einfach mal hey der rubin ist wertvoller als wertvoll tatsächlich so angeln mein freund angeln ist wichtig angeln ist schön ein karpfen drei fische haben wir hier die kennen wir uns natürlich noch ein karpfen ein hecht erhalten so weiter geht's wir schauen dass wir auf dem weg bleiben erstmal ich glaube das wird am schnellsten gehen dann werden wir uns der rattenplage mal annehmen jetzt schauen wir mal weiter wir müssen uns auf jeden fall nochmal ins schneegebiet aufmachen einfach dieser tatsache geschuldet dass ähm sagt man es einfach der tatsache geschuldet dass wir hier rassenplage naja ja ich habe vergessen was ich sagen wollte was passiert da jetzt ich bin gespannt da ist die materialchen ok das heißt ja gut das geht auch so 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 und oben ok dann werden wir ihn hier reinsetzen lassen hm hm ich würde gerne eigentlich ach weißt du was papa machen wir machen halt echt wenig schaden so weiter geht's oh scheiße ist was blöd ist was sehr blöd fieber da müssen wir uns heilen gegen wahrscheinlich ne ich hätte gerne tatsächlich ihn bewegt so hier hin und dann zertiftet unterstützt oh heilt sich ok ok ähm so schwäch ok gut dann können wir ja noch einmal laufen dann muss ich sagen holen wir uns noch ihn hier gut ok jetzt haben wir alle eigentlichen im fight außer die beiden noch ähm ne wir gehen erst noch hier mit vor und greifen die Materialchen direkt an ok ok ja gut einen wird's treffen hmhm scheiße das hab ich natürlich nicht bedacht oh wow ok oh mein gott ok wir fangen nochmal neu an das hab ich ja das hab ich ja äh komplett verkackst oh mein gott das hab ich ja mal da hab ich ja alles was man nur alles was man falsch machen kann nur falsch gemacht also wir fangen erst an mit schmeißen vergiften die ich hab ganz vergessen dass wir vergiften können so so das kommt da rüber nun kannst du mal schauen ja passt den machen wir hier rüber den hier rüber das lassen wir glaube ich so ja das lassen wir ok 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 das müssen wir vorlaufen und dann hier erstmal rein werfen und dann machen wir den move hier und machen hinterhältig oh ich hätte nochmal angreifen können das ist ja nicht der ausgeführt von mir gut 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 Ah Mensch, zwei ausgeschalten gleich. Okay, testen solche Wunde, uh, schlecht, okay, um die aufpassen, dass ich hier drücke. Okay, ha, hat ja gut funktioniert, oh shoot, das ist unbeziehbar, alter. Plus vier geheilt. Okay, jetzt gehört das, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schutz gegeben. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, okay. Um. Hm. Ich glaube, ich stelle mich da mal hin und greife dann mal in die Richtung an. Ach du Scheiße, der Vogelschützer habe ich auch noch da. Ach du Scheiße, das habe ich gar nicht berücksichtigt. Ach, Herr Jemi. Okay. Ja, ich bin obsachlos. Ja. 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 Das ist weg, alter. Gibt's nicht mehr. Vielen Dank für deinen Reset im 16. Monat. Vielen, vielen lieben Dank. Ich habe kein Ding mehr. Gibt's nicht. Existiert einfach nicht mehr. Ah. Existiert einfach wirklich gar nicht mehr gefühlt. Ah. Existiert einfach nicht mehr. Passiert. Herr Lein, was ist das? Oh, Kritz. Okay. Ich glaube, es kann in der Zeit echt eklig werden. Bleibt er nicht stehen, alter. Eigentlich dürfte es uns nicht treffen. Muss man nur mal schauen. Wer hat schon? Der kann noch. Ja. Okay, die bringen sich einfach gleich selber um. Wahrscheinlich. Schwierig, schwierig. Ich habe keine Ahnung. Danke dafür. Ich habe mich schon irgendwo da gedacht. Dieses Fieber. Ich kann es noch nicht einschätzen. Okay. Das ist jetzt blöd, dass der da... Greift er auch mal an? Perfekt. Beschäftigt. Ja, das ist beschäftigt. Das habe ich verstanden. So. Das ist was. Wir bewegen uns jetzt mal. in diese Richtung. Und dann machen wir einmal den hier. Weil die werden jetzt gleich drauf gehen. Aber sie wird mehr holen. dann fällt da hin. Oh, das ist dann bis wo der nacht. Sagen wir mal, was du nachhando hast. Das ist gut, dass ich es weglaufen bin. Äh, wir nehmen einmal den hier. Oh, das kommen auch viele. Oh, okay. Oh, Autsch. Das ist nicht gut. Festverseuchte Wunde. Muss man auf jeden Fall uns heilen später. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein ekliger Kampf wird, ehrlich gesagt. Scheiße. Oh mein Gott. Der ist schon auf Feuer geheilt. Hä, wie machen wir das dann? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das Shit nicht, was ich machen soll. Müssen wir da einfach alles ignorieren? Echt jetzt? Ich verstehe das nicht, was ich machen soll. Weil ich muss ja die eigentlich angreifen. Muss ich die Bogenschützen halt von Anfang an nehmen, oder was? Ich glaube, ich muss nicht ihn, ihn auch nicht. Ich muss ihn obenrum einsetzen. Wir müssen von einer Seite einfach ran. Das ist, glaube ich, die Lösung. So. Pass auf. Den Hammer tun wir vor. Ihn auch. So. Dann kann ich da die Dinge rüber schmeißen. Aber es bringt anscheinend ja nichts. Ach so. Gift, stell wieder her. Das ist schlecht. Dann werden wir die mal nach ganz hinten stellen. Wir können den Luftmesser nutzen. Aber wir werden jetzt da hin gehen. Und laufen. Und dann halt gleich ordentlich. Zapp, zapp, zapp. Perfekt. Dann nehmen wir... Wo ist das andere? Hammer? Hammer! So. Gehen wir da einmal durch. Und laufen gleich an die Materialchen hin. Fertig. Jetzt müssen die außen rum rennen. Oh. Das ist eine Rumschlütze. Dann tun wir einfach. Eigentlich hat es einfach die höchste Priorität, diese Materialchen. Wir dürfen halt kein Gift einsetzen. Das ist wichtig. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt echt... Taktisch echt blöd. Taktisch echt blöd. Das ist echt... Taktisch echt blöd. Bogen bei. Okay. Aber wenn wir die jetzt hier dran haben, können wir das schon mal echt gut nutzen. und wenn die sich bewegen, weil die werden sich jetzt bewegen. Perfekt, dann hätten wir den sogar als erstes positionieren müssen. Einfach so zur Sicherheit. Aber der Treffer versenkt. Oh, das ist aber schmerzhaft. Ja, das ist nicht so schlimm, glaube ich. So, jetzt müssen wir mal schauen, was wir machen. Die dürfen wir nur zum Finishing eigentlich nutzen, weil die sich heilen. Die heilen sich ja damit. Geh einfach auf die Materialchen, ob das reicht. Das ist gefährlich, hier drüben. Haben wir da drüben auch was? Ne, nur von hier drüben. Okay. So, junge Dame. Jetzt heißt es, Abschied nehmen. Gut. Das war wichtig. Achso, krass, okay. Cool, cool, cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir haben zu wenig Rohmaterial. Sehr gut. Ähm, ja, gut. Sollten wir halt noch da hinkommen, irgendwie. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Schade Marmelade. Wie kommen wir da jetzt rüber? Das ist, glaube ich, oben bei der Zuflucht. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal zur Stadt zurück. Und schauen einfach weiter. Die Robinien müssen jetzt einfach verkaufen, auch. Das ist jetzt alles ein bisschen, äh, hier, ähm. Oh, wir brauchen einen Rast. Der rastet. Der rostet. Aber, muss ja. Soll ich mal sein. Das ist schön. Kadaver. So, Fisch erstmal. Den Händchen noch ein bisschen was zu zahlen. Das ist schön. Sollte. Katen wir mal haben. Sollte Fisch zusammen. Z publicly geflogen. Sollte eine subsidi herzelle G expressed.